Heute ist der Bauerhaus hier auf der Blumenwelt. Ich bereite hier Saatbette vor. Hier werden Sonnenblumen gesät. Hier unser Tulpenfeld. Es blühen viele Tulpen, die da geschnitten werden können. Ja, liebe Freunde, mit 0,5 Stundenkilometern preise ich da die Bette. Okay. 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 Jetzt kommt auch die kleine Motorhacke zum Einsatz. Da zwei Bette machen für Gladiolen. Jetzt wird damals gepflanzt. Hier die Bette holen von Holland. Ah. Das war ein Blumenwelttag heute. Talien gepflanzt, Gladiolen gepflanzt, Lilien gepflanzt. Und zuletzt habe ich da noch vier Bette Sonnenblumen gesät. Jedes Bette eine andere Sorte. Von früh, mittelfrüh, mittelspät. Wollen wir da mal sehen, was dann da wächst. Ja. 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 Ja.